Einen wunderschönen guten Abend oder frühen guten Abend heute zum JFD Live Trading TV um kurz nach 5 hier in mitteleuropäischer Zeit. Ich grüße Sie wieder hier zur heutigen Sendung und wir wollen mal den Markt unter die Lupe nehmen, speziell hier den Nasdaq 100 Index. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen mal ein bisschen sehen, was der Technologie Index als solche macht. Überdies aber natürlich die Frage stellen, ob es hier wirklich zum Ausbruch kommt. Und es deutet sich natürlich in einer gewissen Art und Weise den Druckaufbau an. Wenngleich wir, und das können wir hier sehr gut im Wochenstartintervall sehen, seit dieser dynamischen Bewegung vom Sommer ein Stück weit seitwärts laufen und auch hier neue Tiefs markiert haben hier im November. Dann aber wiederum einen leichten Anstieg hatten, der dann im Grunde genommen hier in Richtung 4.900 Punkte nochmal abzielte. Aber hier ist irgendwie so ein Stück weiter Deckel drauf und da muss man jetzt einfach mal überlegen, wie die Reise jetzt hier generell weitergehen mag. Das muss man eben ein Stück weit abschätzen und wir sind mal gespannt, was passiert. Heute hatten wir schon mal einen Beitrag zu einer Aktie, die hier unter saisonalen Gesichtspunkten ganz interessant daherkam. Wir sprechen hier über die Aktie von Best Buy und ja, Sie können den Artikel lesen, auf unserem JFD Desktop im Prinzip bietet sich hier eine mögliche Chance an, die ja heute mit der zu erwartenden positiven Eröffnung auch durchaus hier einen schönen Einstiegspunkt finden kann, etwas höher. Schauen wir uns direkt mal den Live-Shart an. Da sehen wir die Aktie aktuell am Laufen, hier schön im leichten Erholungsmodus und ja, solange sie hier nicht signifikant das Hoch vom 23. November rausnimmt, ist es hier eine Chance, die saisonal bedingt dafür spricht, dass die Aktie gen Süden treibt. Das nochmal ganz kurz als Ergänzung, wie im Artikel auch angekündigt, hier die statistischen Rahmendaten. Während der letzten 30 Jahre gab es hier 25 Mal einen Gewinner, 4 Mal einen Lose sozusagen und dieser Lose war dann im Prinzip, oder besser gesagt die Differenz zu dem einen war hier praktisch ein Match zu Null im Jahr 86 zur Aktie. Aber hier die Trefferquote von 85% letztlich sehr, sehr interessant und grundsätzlich hier den Performance-Charts, haben Sie auch schon in der Analyse gesehen, ist natürlich hier nicht von schlechten Eltern. Das heißt natürlich nicht, dass es genauso fortgeführt wird, aber man sieht hier die tendenzielle Tendenz dieser Aktie eben hier von Ende November bis Mitte Dezember. Und das ist hier eben jetzt mal ganz gut eingefangen und tut dies vielleicht der Index dem gleich, diese Aktie. Man kann natürlich eine Aktie aus dem S&P 500 keinesfalls mit dem Technologie-Index gleichsetzen, aber grundsätzlich gehen wir mal in den Tagesschart. Wir haben wie gesagt im Wochenstart ja gesehen, dass wir seit dem Sommer diese Erholung hier mehr oder weniger seitwärts auskonsolidiert haben. Was ein Stück weit unschön ist, ist praktisch, dass man sozusagen hier eine sich öffnende Range hat. Auf der Südseite hier, auf der Nordseite hier, was natürlich hier mit Blick auf die kommenden Zeiten durchaus auch Spielraum auf der Oberseite wie Unterseite eröffnet und natürlich hier die Frage in den Raum stellt, kommt es hier zu einer 10 immer weiter ausgedehnten Seitwärtsbewegung oder mal auch hier zu einem signifikanten Move, der eben hier dann auch zu neuen Allzeithochs führen kann. Grundsätzlich gehen wir erstmal ein Stück weit in die kürzere Beschau. Sie sehen, wir sind hier im oberen Drittel der Bewegung. Es sieht nicht schlecht aus, dass wir tatsächlich ansteigen können, aber dazu muss im Prinzip hier diese kleine Widerstandszone. Und wir werden in den nächsten Tagen, wie gesagt, die US-Märkte ein Stück weit enger beleuchten. Deswegen wollen wir gar nicht zu weit rausgehen. Aber hier diese Widerstandszone, die muss erstmal signifikant rausgenommen werden und erst dann hätte man hier wohl auch Chancen auf der Oberseite. Und dieser Widerstand ist eben allgegenwärtig. Und genau da notieren wir eben aktuell. Saisonal bekommt der Nasdaq 100 hier vom E-Mini-Future-Kontrakt nicht wirklich positiven Bias. Das fängt erst Mitte Dezember an. Insofern auch hier die Best Buy-Aktie ein Stück weit auch im Gleichlauf, dass es hier nicht unbedingt direkt nach oben gehen muss, sondern hier auch gerade rein saisonal bedingt hier durchaus erstmal einen Rücksetzer geben könnte. Achten Sie daher auf das Level, wo wir hier gerade stehen. Wenn es hier einen signifikanten Ausbruch über 4887 Punkten geben sollte, dann kann man hier durchaus erwägen, dass der Markt hier weiter anzieht. Neue Allzeithochs markiert. Gerade im saisonalen Sinne ist es natürlich zu erwarten, dass der Markt hier durchaus weiter anzieht. Gerade eben ab Mitte Dezember bis Januar hinein ist es durchaus denkbar. Andererseits kurzfristige Rücksetzer hier an diesem Widerstand will ich mal nicht für ungefähr erachten. Und diese könnten hier durchaus erstmal wieder zurückführen in Richtung 4825, 4815, um dann von dort aus praktisch nochmal ein Rücksetzer oder von diesem Rücksetzer ausgehen, dann nochmal einen Angriff auf die neuen Hochstuhr zu starten. Sehen wir im Stundenschart noch ein Stück weit genauer, gehen wir hier praktisch jetzt mal in das kleinere Bild, in das kleinere Timeframe. Sehen wir hier die schöne Bewegung zu den News, hier 1600, aber auch sehr schön hier eben zu sehen, diese Widerstandsbarriere, wo wir mehr oder weniger genau dran gescheitert sind aktuell. Ja, da kann man sich jetzt ausmalen. Gehen wir hier ein paar Stunden raus über 4879, dann ist die 4886 sicherlich das nächste Ziel, um dann darüber hinaus die 4900 anzupeilen. Bleibt es aber hier bei einem Scheitern und da können wir auch gern mal einen Oszillator bedienen, hier den von mir gern beliebten oder häufig verwandten RSI sozusagen. So, ich habe die Linie auch blau gemacht und das Ganze mal größer. Sieht man hier im Prinzip noch nicht wirklich klare Divergenzen. Leichte Divergenzen sind hier möglicherweise zu sehen, gibt uns hier sozusagen keine Indikation, aber sollte das Preislevel eben hier scheitern, dann nochmal hoch möglicherweise einen kleinen Spike markieren und wäre dann hier eine negative Divergenz zu sehen, könnte man hier auch mutmaßen, aha, so langsam ist aber sicher die Luft raus. Wollen wir aber unabhängig des Oszillators, der hier im Prinzip keine Divergenzen liefert, auf das Schadbild eingehen und grundsätzlich kann man sagen, ich mache es mal ein Stück kleiner, jetzt will er nicht, nehmen wir es raus, auch kein Problem. Grundsätzlich kann man sagen, wenn er hier über 4478, 4479 nicht rauszieht, dass wir hier kurzfristig doch eine kleine Schwäche sehen könnten, die dann idealerweise, gerade mit Blick auf den Stundenstab, in Richtung 4850 führen könnte und von daher hier das zähe Seitwärtsgeblänkel durchaus weiter fortgesetzt werden kann. Ich sehe jetzt hier also kurzfristig nicht unbedingt den Ausbruch auf der Oberseite, wenn er kommt, klar, über 4879 muss man davon ausgehen, dass die 4900 plus angepeilt werden, neue Allzeithochs im Raum stehen, aber ich denke mir, da ist ein Stück weit die Musik raus und nach den News jetzt erst mal abwarten, was hier weitergeht. Denke ich, Nasdaq 100 auf jeden Fall im Auge behalten, Ausbruch wie gesagt möglich, sollte es aber jetzt hier direkt nicht zu Folgekäufen kommen, denke ich mal, ist hier eine Konsolidierung durchaus eine gute Variante. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen zum Blick auf den Nasdaq 100 und die Best Buy Aktien nochmal. Morgen, dann wollen wir mal sehen, ob wir uns den Dow Jones oder den S&P 500 vornehmen. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Restabend, hoffe, Sie hatten einen guten Handelstag, wenn Sie mögen. Wie gesagt, hören wir uns morgen wieder. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Beste Grüße,